gut das war genug vorgeplänkel jetzt wird das ernst achtung das gas breitet sich aus zur sicherheitszone gehen was ist er schon raus ein neues ziel objekt wurde identifiziert ziele sind markiert verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet was bin ich gemutet den flaggen auftrag der weste meine ganz viel platten direkt wieder mit ich habe nicht richtig money längst links überall ist ein shop keiner wird angelaufen mittleres kaliber hier kommt mir gerade recht panzerung geortet mit einem platten kiste vor der aufklärung ok weiter vorrücken feindliche drohne über uns hat eine drohne gekauft zum schock hat hier medizinische versorgung hat nichts mehr aufzustehen hier jetzt verschießen alles klar was mehr los der ist nur luft oder auch nicht kopfgeld kopfgeld ist knocked kopfgeld ist knocked kopfgeld ist knocked und ich habe es keine drohne ist hinterm schild wird wieder eingesetzt bereithalten alles eine drohne so wird gestartet wird wieder eingesetzt bereithalten vor der aufstehung drohne erreicht einsatzgebiet ok erstmal nichts weiter zu sein rück zur markierten position vor und sicher den bereich hier rüber sturmgewehr markiert vor dem platten vor dem platten nö nö ich geh da hin ich geh da hin du kriegst job nö 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 alles ganz oben das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markieren aber wir müssen eher aufs taffelgeist naja warum wir schon wieder hin müssen ich hab mal da drinnen als ob er jetzt eine sekunde vor mir da war ich dachte dass ein gegner alter wenn der drohe ja nee war der heli ok weiter vorrücken ich mache ein jump bei hier aufs dach das nicht gehört verbündete drohne ist in der luft radarsuche sind gestartet direkt ich habe keine ahnung wie viel los kopfgeld ziel gesicht da wurde bei mir ist hier bei mir ist noch mal einer blue rock was ich treffe doch nicht anders als den kopf verdammt kann man auch zieler fast luftnahe unterstützung schick alles klar noch ein schlag im anflug alter er sitzt da einfach in der ecke in der garage in der garage in der garage naja der ist jetzt hinter der garage ich kann es nicht pinken alter yes da in der garage da sitzt er hier drinnen ist jede menge loot ja ich habe alles hat mich geholt digger weil die ff einfach kompletter schmutz ist sind wir aber es einfach war es total geil ne wie die gebaut war ist total schmutz gewesen vom gegner kann man mal einen lodi kaufen will ich noch einmal alles oh jetzt hast du eine fernlenkladung gekauft oh 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 ähm brauche ich Geld für den lodi sorry dann brauche ich Geld für den lodi haben wir verkauft ok steig fertig schricks hier drinnen ist auch noch muni und alles ja beste gar gar sie weiß ich nicht achthung drohnen treibstoffe in knapp ok kommt ob die ne elfe verkehrt als geist ich ja ok da ist neip oben und einer bluder und warum die schossen ich weiß es nicht wo denn überhaupt alter ganz großen haus also gg also ich freue mich da noch Einer Nock Einer Nock Einer liegt auch noch Direkt ein Save hier von Das schmeckt Schön Jungs Mach Gasmasken alles Falls du es brauch Äh hier Hier ist mehr Taktikaufrüstung Brauch jemand ne Gasmaske Kleinkaliber hier Moment dort Ich mag das Panzerung geortet Verbündeten Brune ist in der Luft Radarsuche bitte starten Gas kommt Da irgendwo Gegner Blau irgendwo Gegner nicht gesehen Pass auf wen du schießt Ich geh nochmal zum Shop Ich geh nochmal zum Shop Ich geh nochmal zum Shop Ich steck den Kommen heute um das Selfie Alter Warte kurz Hier drüben gibt es Warte Ich habe ein Spiel markiert Hier wieder zwei Lohls Ich habe ein MP gefunden Da oben hockt einer Verkannter Kann ich crossen Max oder Dööö Feuerwehr frei Sieht nicht so Ja sieht so aus Sieht so aus Ob es frei ist Aber wie gesagt Da ist ein ganzes Full Team da oben Junge Junge Ziel markiert Ausschalten Wegpunkt markiert Bewegung Er ist gerade runtergesprungen Kleiner oben Ziel markiert Jetzt beschießen Hier ist Striker 3 1 Alles klar Jetzt habe ich keine Kohle mehr Schießen Alter Dann kommt der Pilze Fick so Im Moment Springt der runter Schüsse daneben Er ist schon runter Da Ja die sind alle runter Boah Irgendwann mehr controller Richtig Alter Kommt mal zu mir bitte Kommt mal zu mir bitte Ja die schießen du von oben Alter die schießen von unten Lauf Ne ne von oben Die sind doch von der Kante Jetzt hier oder Ja Oma 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 nock Oma nock Oma nock Ich habe kein Prezi mehr Den ich setzen kann Geht so Schropi mit hoch Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet Gut gemacht Kommt mal das Kopfgeld unten an mit Ja ja Feindliche Drohne über uns Ha Nice Da ist ein Kick noch Das Gas weitet sich aus Sicherheit Hier gerne hoch Wieder oben Achso Schleicht sich vor mich Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet Ja Ja normal Haha Äh Die schenken uns hier alle Geld Wollen wir uns was kaufen, ja? Ja Von der Zone Genau Kopfgeldziel identifizieren Bringt das Schwein zur Strecke Ich sehe keinen da oben Lass in der Zone gehen Jungs bitte Ich werde direkt vor drüber gehen Direkt erstmal ausnutzen, dass wir hier Das Gas kommt Feindliche Drohne über uns Eigentlich gut dabei sind Da entlang, Bewegung Sicher, dass die Zone bei Brot enden wird? Von hinten den gerade drunter gesprungen Hab ich Cool Noch ein Heli hier gelandet Noch ein Heli hier gelandet Hier ist ein Heli Rot von oben Hat der mal noch eine Drohne oder irgendwas? No Alter ich krieg hier ne Rakete ab Wo war ein Tor? Feind beleidriert Hier ist Munition Der Tod einsprungen Letzter Wegpunkt Werfegranate Da entlang Letzter Wegpunkt Noch Wegpunkt markiert Bewegung Ähm Da auch hinter uns Da kommen wir sind da kommen Letzter Wegpunkt Da auch da ist einer von euch Nein Was? Und wo denn? Ich hab keine Ahnung Hol mich einfach Komm her, komm her, komm her Über Keine Angst Alles wird zu Das Gas bereit ist aus Neue Sicherheitszone gefunden Schaffung 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 Okay Ok aber Bestellte die Geldlieferung Ausrüstungslieferung ist unterliegt Habt ihr auch was so lecks gehabt? Ja Ja Liegen irgendwo Platten rum? Sichtkontakt Lauf dir, hast du noch Kohle? Ich fühl es jetzt nicht verschwinden so ist so eine volle maske ach komm ich gehe auf so ein turm jetzt hier scheiße hier kommt die claus jungs wo markiert einer hier vorne drinnen lander Merfe Kranate. Auf. Haben wir links da? Oh. Eben im LKW drin. André. Vor dem LKW. Jungs. Die Jungs hatten mal gar nichts hier. Ich geh hier hin. Das seh ich nicht. Na, das ist super. Das ist hintergelaufen. Da entlang, Bewegung. Da oben am Dach. Oh, nice. Wegpunkt markiert. Äh, gehen wir wieder zurück nach rechts? Ja, ja, ja. Ja, nach rechts. Die kommen jetzt noch von hier. Hier ist auch noch ein Vollteam irgendwo. Hab ich auch noch drei Punkte gesehen gehabt. Ohne hab ich dabei noch. Wir können doch noch was holen am Shop, oder? Ohne hab ich noch. Ey, jetzt gibt's den noch. Locker. 20 Sekunden. Schlecht Geld. Brauchst du das Geld von Schruppi noch? Ansonsten 30. Das Gas kommt. Okay. Ach so, umständlich. Sorry, ich bin so, so. Die Taste für Voice ist so weit weg, alter. Was ist das so selten? Alles gut. Alles gut. Kein Stress. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Gut, sagen wir. Chill jetzt kurz hier. Drohnen hab ich noch am Start. Ich hab noch einen Prezi, wenn einer genockt ist, anschreien. Ja, chill jetzt mal kurz hier. Lass sie sich mal noch selber ausrichten. Danke, glaub ich. Das sollte gut laufen jetzt. Ja. Es geht nicht zu weit weg. Noch zehn. Fast geschafft. Ja, von der Tausend auf jeden Fall welche. Ja. Naja, die kommen jetzt. Von links weiß ich halt nicht. Bei Strix, ob links noch welche kommen wir auch nicht. Kann ich nicht sagen. Check mal die Mauer. Perfekt. Ah, quick zum Graben, das passt. Deine Drohne hau ich gleich raus, sobald die Zone moved. Da landen wir noch. Es ist nur noch ein Team. Dann oder dahin. Jetzt beschießen. Hier dreht sie. Alles klar. Luftschlag im Anflug. Nuckt. Das Gas nähert sich hier. Keine Tappers, Mann. Faktlicher klaff, der Schlag im Anflug. Hintergrund. Ach so viel. Na, 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 na. ей Stolga. Ja, hätte ich schon auf mich Whether- Oh, warum hab ich am, so schnell werfen, was du boing so schnell bist? , wie viel? Wohne ich mich nicht? Ja. Ja. spielt der maxi mit kommt der sieg gleich gg ernst gegrüßt man dem war eine schöne runde